Heute reden wir über Dirigent. Nicht den hier, sondern über die digitale regionale Entwicklung. Denn in vielen Ortschaften am Land gilt es genau diese zu verbessern. Manchmal hapert es in der Nahversorgung, der Mobilität, der Gesundheitsvorsorge oder der Bildung. Oft weil Systeme oder Prozesse etwas veraltet sind. In der Regel Dinge, die ganz einfach durch digitale Technologien gelöst werden können. Darum haben die Regionalmanagements in den Landkreisen Regensburg und KAM gemeinsam mit der Technischen Hochschule Deggendorf in den vergangenen drei Jahren mit dem Projekt Dirigent junge und innovative Unternehmen mit den kommunalen Vertretern ins Gespräch gebracht. Und das mit Erfolg. Langes Crawlen bei der Suche nach freien Arbeitsplätzen im Landkreis Regensburg gehört nun der Vergangenheit an. Mit Hilfe der Firma Orbat haben wir die unübersichtliche Liste der Lehrstellen auf der Website durch ein interaktives Portal ersetzt. Ausbildungssuchende können gezielt nach Berufen suchen, sich genauer über die Unternehmen informieren und ganz einfach Kontakt aufnehmen. Und auch für die Unternehmen vereinfacht sich das Melden freier Stellen enorm. Im Landkreis KAM ist es mittlerweile einfach, eine Antwort auf Pflegefragen zu bekommen. Dank dem Pflegebot, den Quimedo gemeinsam mit uns entwickelt hat. Einfach eine Frage zum Thema Pflege eintippen, sofort eine Antwort bekommen und keine Zeit mehr verschwenden, die man auch mit den Liebsten verbringen kann. Und wenn es dafür am digitalen Wissen scheitert, dann hilft LUMO. Zusammen mit der Gesundheitsregion von Stadt und Landkreis Regensburg entwickelt das Unternehmen spezielle Kurse, die älteren Menschen digitale Gesundheitskompetenzen vermitteln. Vor allem Seniorinnen und Senioren sind auf die immer vielfältigeren digitalen Angebote angewiesen, können sie aber oft nicht nutzen. Dank diesem Projekt dürfte das nächste Workout oder der nächste Videochat mit dem Arzt kein Problem mehr sein. Zu einer guten Gesundheit gehört auch gutes Essen. Mit der Regiothek als Technologiepartner entwickeln wir eine Erzeugerplattform. So werden die Erzeuger bei Herstellung und Vertrieb von ihrem Obst, Fleisch, Gemüse, Bier, Schnaps und so weiter unterstützt, sodass die regionalen Produkte auch in den regionalen Märkten verkauft werden. Das sind alles kleine Schritte, die die Landkreise Regensburg und Cham noch digitaler machen. Denn auch wenn Dirigent nach drei Jahren endet, gibt es eine Zugabe. Die Idee bleibt bestehen. Ihr braucht also Unterstützung in Eurer Gemeinde? Oder Ihr könnt als junges Unternehmen etwas schaffen, das uns weiterbringt? Dann meldet Euch bei uns. Wir vermitteln und jeder gewinnt.